Wir sind am zweiten Tag angekommen mit der Serie Ja zu Dir, die diese Woche bei Ein Wunder für jeden Tag vorgestellt wird. Und heute heißt es, mein Ja dazu, das Warten zu genießen. Was? Das Warten? Ist dir eigentlich bewusst, wie oft und wie viel wir im Leben warten? Ich meine damit nicht nur das Warten auf das große Wunder in deinem Leben, sondern auch das einfache Warten im Alltag. Denn wir warten an der Kasse im Supermarkt, oh ja, darauf, dass die Kinder aus der Schule kommen. Gut, meine ich jetzt noch nicht, noch nicht, habe ich gesagt. Wir warten darauf, dass das Gerät im Fitnessstudio frei wird, oh ja. Wir warten auf unsere Bestellung im Restaurant, wenn das wieder möglich ist. Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Es ist echt so. Laut einem Beitrag im Frühstücksfernsehen warten wir tatsächlich zwölf Stunden im Jahr. Zwölf Stunden. Wenn wir das hochrechnen, kommen wir locker auf 30 Tage im Leben. Wow! Der weise König Salomo hatte wirklich alles. Dennoch verzweifelte er an dem Gedanken, doch noch auf etwas zu warten. Wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das ist völlig sinnlos. Prediger 5, Vers 9. Er erzählt weiter, wie nichts ihn erfüllen und ihm Ruhe bringen konnte, wie er nach wie vor auf etwas Unbestimmtes wartete. Hm. Und am Ende schreibt er, so kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Das klingt doch gut. Prediger 3, Vers 12. Ist das nicht wundervoll? Er traf die Entscheidung, trotz des Wartens auf etwas, das ihm noch fehlte, das Leben zu genießen. Ha! Und das ist so ein wichtiger Schlüssel für dein Leben. Musst du auch auf etwas warten? Kannst du dennoch pure Freude am Leben haben? Kannst du dir vorstellen, wie viel es verändern würde, wenn du jeden Moment deines Lebens genießen würdest? Ja, genau. Während du an der Kasse im Supermarkt darauf wartest, endlich dran zu sein. Während du auf die große Liebe oder dein Wunschkind wartest. Egal was es ist, du kannst heute damit anfangen, das Leben dabei zu genießen, wie es uns der weise König Salomo empfohlen hat. Genieß dein Leben. Es ist ein Geschenk Gottes an dich.